Apropos Berlin-Klasenbahn, wir fahren mit Direktiv, fahren hauptsächlich mit Stiftis, einer anderen Sankt-Generation. Die Fahrkraft haben sie rausgeschmissen. Aber die Potsdamer fahren noch, die Tatras, haben wahrscheinlich immer noch Tatras. Die ist auf einer Brieffahrt, das heißt, die Fahrschule, Fahrschulstrand. Die Fahrgeschule? Die Fahrgeschule ist auf der Infobox Berlin-App, die Fahrgeschule ist zu machen. Vielen Dank.